Ei, was befindet sich denn nur in der Kiste? Es ist so spannend. Finden wir es raus. Ähm, Phone. Ein Spezialtelefon, nur um Sarah zu rufen. Und auch hier, keine PIN. Nichts. Die Arcadia Bay sollte echt mal was über Passwortsicherheit lernen. Äh, okay, ich scroll mal nach ganz oben. Okay, I'm told you can help me with my problem. Crossing the line, hey, let's talk. Will you call tonight? Ich mein, das ist, äh, me, also das ist eigentlich der Dad, also mach ich die Stimmen vollkommen falsch, aber egal. I found who you were looking for. Call you in 15? Well... This isn't a charity. I'm going to need to do what we talked about. I can't. Sure you can, because I talked to your girl and she has a big mouth. Turns out, she's not so easy. We're going to need to be more hands-on. Don't hurt her. Relax, I've got my best guy on it. How's your daughter? You know she attacked me first, right? You really should teach her to behave better. Nothing? Yes, you don't need this taken care of anymore. Oh, das ist Damon Merrick, mit dem er hier redet. Okay. Und, ähm... Rachel's Dad wollte von ihm einen Kontakt haben. Ich nehm mal an, das ist dann Sarah. Ähm... Das war am 8.5., da ging die Story, glaub ich, los, ne? Und, ne... Ha? Was... James is working with... Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But, how do I get him to tell me? You'll pay? Um... Where is Sarah's... I don't know... Zu... zu... Direkt? You'll pay for what you did to Rachel. I told you she came at me. It was self-defense. Besides, pretty sure you still need me. Simple. Either you do what I want, or your little problem becomes a big problem. Now, did you take care of the evidence or not? Um... Of course. Shit. What do I say? You first. Of course I did. I did. I know you knew this, but here's how it works. You show me proof, I give you what you want. You show me proof, I give you what you want. Okay, okay. James actually has this evidence. I don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Yeah, what do we have here? Crime Report. Yeah, what do we have here? Crime Report. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. I mean, that I photograph her. It doesn't mean that I have destroyed her. I'm waiting. What? That's evidence, right? Yeah, and now you're fucking destroyed. Why are you so bad at this? I can't write on that. If I can figure out how. What the fuck, Chloe? You're really, really bad at this. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Well, it must be recognized that it's this one. Burn it somehow. Wait. Pfff. Also, okay. Ich bin da drin verbrennen. Das, das immerhin ist. Okay. Kann ich hier raus? Nee, ne? Ah, nein. Kann ich nicht. Okay, dann verbrenne ich den mal. Ich dachte jetzt, ich packe ihn einfach in den Müll und schicke ihm ein Foto von mir. Dann schicke ihm ein Foto von der Müllabfuhr. Und jetzt machen wir auch ein Video, ne? Mach ein Video, Chloe. Chloe. Warum brennt dieser Handschuh so gut? Ich hab noch nie einen Handschuh gesehen, der im echten Leben einfach so in Flammen aufgeht, wenn man mit einem kurzen Feuerzeug dranhängt. Video, Chloe, Video! Oh, mein Gott. Ich bin wirklich, wirklich bad at this. Oh, jetzt muss ich noch das Fenster zu. Better not touch that again. Wow. Okay. You've taken care of it. Good. So? Since you're destroying evidence, might as well tell me which of my guys was the snitch. Yeah, sure. Oh. Wait a minute. Hab ich das eigentlich gesehen? Das war ein Bystander. No one. Bullshit. Tell me who it is. Or maybe you'd rather deal with your problem yourself. Damn. I hope James has something here to tell me who Demons informant is. So I need to find which of Demons guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Um. Bishop midden. Um. 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 Ich will doch jetzt nicht Frank accusen, dann geht Frank noch zu Boden. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Suspicion of drug dealing, loitering, drug dealing charges dropped due to insufficient evidence. Also ist er nur für Müll rumliegen lassen verhaftet worden. Ist er auch verhaftet worden? This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Oliver Rutherford. Parole officer and the parolee is Sheldon Pike. Were you arrested last month? No. Employment scene. Shift leader by ACFC. Has been very cooperative. No missed check-ins. Das heißt aber noch nicht, dass er gesnitcht hat. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Illegal sale of stolen goods. Guilty. I understand my rights and give them up of my own free will. I understand a judge is not bound by this agreement. I agree to aid the courts on future cases related to my own. Das sagt Gerald Scott. Aber reicht das? Schauen wir mal noch hier. Man. This guy's the snitch? He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Rodney Sears. Known aliases. Thunder. Inside left bicep. If the thunder don't get you, then the lightning will. Okay. Detained by Acadia Bay Police Department on suspicion of drug trafficking. Released after questioning by Officer Bernie Yates. Described as a highly cooperative source of information on local criminal activity. Wo ist das jetzt wirklich der? Das hat es ja auch immer noch nicht gesagt. Ähm. Jo, ich glaube jetzt sind wir hier irgendwie alle durch. Wenn ich hier Accused mache, ist das aber nicht Frank, ne? Ich muss jetzt hier in mein geheimes Handy. Okay. If I'm going to Accused one of these guys, I'd better be sure I'm right. Okay. Nicht Frank. Wer ist das? Das ist, äh, Thunder. Das ist Sheldon. Und das ist dieser T-Shirt-Verkäufer. Das ist der Scheiße, der verkauft Firewalk-Shirts. Ja. Ja, ist klar. Das soll jetzt hier eine moralische Entscheidung sein. Also der offensichtlichste ist ja schon, ähm. Okay. Der. 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 Ja, ich denke, Thunder hat die Idee. Was? Noch mehr? Ich habe das Wort. Das ist schon mal schon. Ja, der muss das gewesen sein. Ich stehe jetzt nicht davon, wann das Profile ist, aber... ... es macht schon Sinn. Ich, ich, ich gebe den... ... den Daemon weiter. Thunder. Shit, das macht Sinn. Ich kann nicht warten, um diesen F**ker zu nehmen. Ich denke, alles, was bleibt, ist unsere Hand. Was? Ich denke, alles, was bleibt, ist unsere Hand. Show me, you have my payment, and I'll tell you where to meet. What the f**k? F**k. Chloe... ... tu keine Dinge, die du... ... nicht... ... durchziehen kannst. How much? The exact amount your pigs stole from me. Äh, steht das wo der Betrag? Ich hatte das wo dem Betrag gelesen. Äh, wo war das, der das denn noch? Ich hoffe, James hat nicht wirklich Damon aus dem Huch bekommen. Der Typ hat Geld. Ich habe gerade super gut mitgeholfen. Ich schaue sofort, ich schaue sofort. Ich glaube, ich bin glücklich, James hat so viel Info zu Hause. Ich habe aber viele Geheimfächer, die alle leicht zu finden sind. Das hört man doch, wenn jemand im Haus rumsägt. Ist das wirklich das beste Versteck? Hey, sie hat was gelernt in Fotografie, dass man besseres Licht braucht, um das Zeug zu fotografieren. Alles klar, gut zu arbeiten. Und jetzt ist er eine Frau, bereit zu gehen. Ja, wo? Bitte mehr? Ich hätte gerne das Bild gesehen. F***, das ist Sarah. Und... Sie ist in der Pfanne. Was ist er zu ihr? Vielleicht würde er sie erst den Weg schaffen lassen. Bring mir das Paket, und wir können den Job enden. Ich werde da sein. Ein Let her go ist wahrscheinlich nicht die richtige Antwort. I'll be right there... Ist auch nicht die richtige Antwort, aber... F***. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Das ist das Problem. Ich werde das mitnehmen. Ich werde da sein. Ich werde das mitnehmen. Ich werde das mitnehmen. Was macht der hier? Nichts, dass du mich aus dem Krankenhaus gehst? Ich habe es. Ich bin über dich. Ich bin gut. Du bist der Mann, die verrückt. Du musst hier nicht sein. Chloe, was ist das? Elliot. Elliot, schau mal das. Du hast keine Ahnung, was du mit dabei bist. Und du? Chloe, was hast du dich getrennt? Du... du wirst nicht verstehen. Gib mir eine Chance. Was in der Hölle bist du? Es ist nichts von dir. Es ist nichts von dir. Es ist ehrlich gesagt, Elliot, du kannst mich all du willst, aber es ist ziemlich verdammt, dass du hier gerade bist. Und ich habe keine Zeit dafür. Wann? 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 Wann hast du Zeit? Für mich? Du hast alles Zeit in der Welt für... 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 Wann wirst du dich nicht sehen, was sie wirklich ist? Wann wirst du dich realisieren, was sie dir macht? Elliot, einfach... ...ein Schritt zurück. Nein! Wann? Du musst mich hören. Was hat deine Beziehung mit ihr mit dir gemacht? Du... Du wirst nicht wissen, was du sprachst. Die erste Nacht, die du gehst. Was passiert? Du endest in einer Kampf! Du wirst nicht wissen, was du sprachst. Rachel hat meinen Scheiß gescheitert. Ich bin sicher, dass das für dich das ist. Du wirst du dir mit dir kennen. Du... Du wirst... Du wirst deine unglaublichsten Dinge... Du... Du wirst du... ...und du... ...und... Du sie wegfassest. Sie wirst du in der Schule. Du wirst du in der Schule... Du wirst geschehen." Um. you don't understand you weren't there was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in seriously man you need to shut the fuck up before i've been quiet long enough look rachel is an amazing actress and i don't mean on stage she's fake you're real and i hate to see her manipulate you like this elliot i i promise no one is manipulating me no just look where you are now a high school dropout hanging out with criminals and breaking in the houses it's crazy it just as easily could have been you in that hospital today if that ever happened stalker much dude you know you sound a little stalkerish right now stalking is defined as repeated unwanted interactions how long have my interactions been unwanted it's already since the beginning elliot i'm the one who cares about you chloe me not rachel it's time you saw the truth what does that mean it means you're going to stop thinking about rachel and pay attention to me now for once come here or walk past him where is that money? that money lies on the table right? look i'm sorry but i really need to go where is that money? there is that money, take that money, chloe take that money why did you make me do that? can't you just listen to me? call for help ah, endlich mal wieder einer von diesen challenges los gates elliott's gone full-blown crazy i... i need to get the police to come without tipping him off who was there for you? when max left? when your dad died? no one else gave a shit about you except for me 9-1-1 Beep What's your emergency? What? Yeah, she was to us Alright, Elliot You want to talk so bad? Let's talk What's really going on here? You can tell me Here You mean here? Specifically? Like the Amber House? I'm talking about your situation Rachel is dangerous You need to realize that You're right, Elliot I didn't want to admit it before But it's true My life is at great risk Thank you, Chloe All I want is to help you I'm glad you can finally see that I need help Help me, please You're right This whole thing has been a cry for help Help me Help me now I think the police is not very dumb They're doing this also, right? It's okay I'm not going anywhere I just need things to hurry up and get here Wow Okay Five seconds and the police is running You're acting strange What's going on? I've won What? Nothing I What are you? Ugh, you bitch Can't you see? I just want to help you You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel This is what I'm talking about No You idiot What the fuck? Better run, dickbag Cops will be here Also, die Cops, die schon auf dem Weg wären Okay, das war seltsam 51 You I You